Hallo meine Lieben und willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es die Asam Kalender, beziehungsweise ich splitte das ein bisschen auf zwei Videos. Es gibt heute den Magic Finish Kalender und beim nächsten Mal den Pflege Advents Kalender. Also könnt ihr gerne im nächsten Video dann auch noch vorbeischauen, wenn euch das interessiert. Und jetzt schauen wir uns mal den Make-Up Kalender von Asam Beauty an. Ich habe ein bisschen was bestellt und es hat leider bei mir ein bisschen länger mit dem Versand wieder gedauert. Ihr wisst ja, Österreich. Ich habe die zwei Kalender, also es gibt den Make-Up und den Pflege Kalender. Und ich habe den jeweils zweimal bestellt, weil ihr könnt den in dem Video, in dem jeweiligen, dann gewinnen, einen für eine Person von euch. Und ich packe das Ganze jetzt mal aus und dann schauen wir rein von Türchen 1 bis 24. Viel Spaß! So meine Lieben, ich habe die ersten zwei Pakete aufgerissen und hier haben wir schon den wunderschönen Adventskalender. Und hier auch nochmal. So cool! Ich habe einen komplett für mich gekauft dieses Mal, den Make-Up und einen für euch. Und da ist jetzt bei der einen so ein bisschen ein Magazin noch dabei. Aber das ist so ein allgemeines Magazin. Wir haben übrigens gerade so ein bisschen ein dekoratives Umbauen hier im Drehzimmer. Wir sind noch nicht ganz fertig, der Hintergrund ist noch gar nicht fertig. Und deshalb schaut es noch ein bisschen anders aus. Ihr könnt da gerne nächste Woche vorbeischauen, denn da gibt es einen kompletten Vlog sozusagen dazu. Also ihr begleitet mich beim Umräumen und beim Dekorieren und so weiter und da freue ich mich schon sehr drauf. So, dann holen wir jetzt mal den Adventskalender raus und so sieht der aus. Ich habe ihn schon in den Hintergrund gestellt. So könnt ihr euren, den ihr dann in dem Video gewinnen könnt, schon sehen. Und ich packe diesen hier aus. 24 exklusive Magic Finish Produkte, limitierte Edition, 49,95, genau 170 Euro wert. Und da sehen wir jetzt schon, dass es 24 Make-Up Produkte sind, hochwertig, aufregende Neuheiten. Und ich schaue es mir jetzt gar nicht so genau an. Wir machen direkt das erste Türchen auf und Türchen Nummer 1 ist direkt hier drunter Magic Finish Mascara XXL Volume Mascara in Deep Black. Warte mal. Deep Black, aber es hat irgendwie so eine rote Verpackung. Ich schaue da gleich mal rein, wie das Bürstchen ausschaut. Ob das wirklich ein schwarz? Okay, das ist wirklich schwarz. Ich dachte mir, das ist vielleicht eine rote. Aber das Bürstchen sieht sehr schön aus, muss ich sagen. Türchen Nummer 2 ist ein bisschen was Kleineres. Volume Lip Balm in der Farbe Christmas Caramel. Okay, das ist so ein rosa Ton. So sieht das aus. Ich finde es schön. Ich muss sagen, diese kleinen Größen von Lip Balm und so, das benutze ich nicht so wirklich. Kann man sich halt in die Handtasche tun, ist gut zum Ausprobieren auf jeden Fall. Also ich finde, der Kalender ist wirklich sehr, sehr schön. Ich muss sagen, das Design ist der Hammer. Die Farbe gefällt mir so gut. Also der ist wirklich mein absoluter Favorit diesmal. Letztes Jahr hatte Asam Beauty einen Adventskalender. Den habe ich auch auf meinem Kanal angeboxt. Und den findet ihr hier oben im i. Dieses Mal haben sie zwei gemacht und haben das wirklich gesplittet auf Make-up und Pflege, dass man sich wirklich entscheiden kann. Und ich finde es auch cool, weil da kann man wirklich sagen, möchte ich nur Pflege. Zum Beispiel mir ist Pflege jetzt nicht ganz so wichtig, weil ich habe viel Pflege. Und Make-up Produkte von Asam wollte ich schon längst mal ausprobieren. Ich finde die aber auch nicht so ganz günstig. Deshalb finde ich das nicht schlecht. So, in Tücher Nummer 3 haben wir Magic Finish Supercharged Serum Foundation in der Farbe 240 Creamy Nude. Okay, 7ml. Das ist eine kleinere Größe zum Testen. 240 Creamy Nude könnte mir jetzt gut passen vielleicht. Aber muss ich sagen, ist jetzt nicht für die Allgemeinheit perfekt, weil viele hellere Haut haben auch. Aber gut, man kann es vielleicht, vielleicht passt sich das auch so ein bisschen an. Ich muss das erstmal ausprobieren. Ich kenne die Produkte noch gar nicht. In Tücher Nummer 4 haben wir dann Magic Finish Oil Infused Nail Serum mit 5ml. So sieht das aus. Also es ist einfach ein Nagelserum. Ich hole es mal raus für euch. Okay, das sieht aber schon recht schön aus. Also das kann was. Es glitzert auch so ein bisschen. Das ist schön. In Tücher Nummer 5 haben wir einen Nagellack, der schon ein bisschen dreckig ist. Magic Finish Studio Nail Polish in der Farbe Burgundi Vamp. Das ist so eine ganz dunkle Farbe. 8ml sind drinnen, also schon eine größere Größe. Aber die ist ein bisschen dreckig hier. Aber egal. Also beim letzten Adventskalender war gleich auch das so ein bisschen. Aber der hat mir ganz gut gefallen, muss ich sagen. Und Leute, ich kaufe so viele Adventskalender. Ich glaube, ich hatte letztes Jahr 20 Stück oder 25 Stück gekauft. Und im Endeffekt habe ich mir davon 8 behalten. Und der Rest ging Verlosung. Habe ich verschenkt an euch. Und wenn ich sage, ich behalte mir den, dann habe ich schon viel Hoffnung darin, dass der richtig gut ist. Jetzt machen wir mal weiter mit Tücher Nummer 6. Also zum Nikolaus. Da haben wir einmal einen Sartre Lipstick. Okay, da hat sich jemand was gedacht. Zum Nikolaus passen. Burgundi Red. Richtig schön. Und den wollte ich nämlich auch schon testen. Denn der hat auch eine richtig hochwertige Verpackung. Ihr seht das mit so einem Magnetverschluss. Also der ist einfach top, top, top. Und ich habe die nämlich im Aufsteller im DM schon mal gesehen. Und dachte mir, der sieht wirklich schön aus. Und der Lippenstift selber kostet auch, glaube ich, um 16 bis 20 Euro. So, ich schaue nochmal wegen den Preisen und schreibe euch alles in der Infobox rein. In Tücher Nummer 7 haben wir was ganz kleines, leichtes. Einen Eyebrow Designer in Braun. Finde ich nicht schlecht. Ist halt wieder sowas, wo man die Farbe gar nicht einschätzen kann. Und es ist mir wahrscheinlich zu dunkel. Also, okay, vielleicht geht es jetzt aber eher richtig braun. Ich bin ja mehr aschig. Vielleicht gebe ich den dann an meine Schwester weiter. Naja, mal schauen. Aber das ist immer so schwierig mit den Farben, gell? In Tücher Nummer 8 haben wir ein Final Touch Setting Powder. Und es riecht schon richtig gut irgendwie. Obwohl es einfach nur so ein Puder ist. Ich habe es gerade schon beim rausnehmen gerochen. Irgendwie riecht es wirklich gut. Ja, da bin ich gespannt drauf. Ist auch ein Produkt, was ich auf jeden Fall austesten werde. In Tücher Nummer 9 haben wir einen Pinsel enthalten. So einen kleinen Lidschattenpinsel. Das ist so einer, mit dem man dann den Lidschatten so auftupft. Damit es eben ein bisschen, also so ein fester gebundener Pinsel. In Tücher Nummer 10 haben wir wieder einen kleinen Eye Designer in Black. Also das ist einfach wahrscheinlich ein Kajalstift. Der ist aber wirklich mini. Also da kann man schon einen Originalen reintun normalerweise. Aber gut, zum Probieren ist es auch nicht schlecht. In Tücher Nummer 11 haben wir eine Mini Größe von dem Satell Lipstick aus Tücher Nummer 6. In der Farbe Sparkling Diamonds. Also das finde ich dann doch cool, dass da der Nikolaus so ein bisschen hervorgehoben wurde. Weil da eben normalerweise eine kleinere Größe drinnen wäre. Und das ist wohl... Das riecht gut. Ah, das riecht wie die Kiko Lippenstifte. Das riecht richtig gut. Das ist wohl einfach so ein durchsichtiger Pflegestift oder so ein glitzerner Lippenstift. Dann haben wir Türchen Nummer 12. Das ist wieder ein bisschen größer. Und da haben wir ein großes Produkt drinnen. Und zwar einen Make-Up Remover in so einer extra Verpackung nochmal. 50 Milliliter Make-Up Remover. Genau, das finde ich cool. Weil das gehört ja auch dazu zum Make-Up. Dass man das auch wieder entfernt. Und... Also ich finde... So von der Verpackung her ist das richtig schön und hochwertig. Ja, riecht neutral. Aber auch ganz gut. In Türchen Nummer 13... Ah, übrigens bei Elf hat mein Bruder Geburtstag. Türchen Nummer 13 hat meine Schwester Geburtstag. Und zwar Studio Nail Polish. 8 Milliliter und ich glaube, das ist auch eine Farbe für meine Schwester. Denn das ist die Farbe Pink Fairy Tail. Und das ist so ein Glitzer-Ton. Ich glaube, den werde ich ihr dann geben, überlassen. Wenn ihr dir gefällt. Sie teilt das schon, ja. Also der ist wirklich richtig schön. Also das ist, glaube ich, der schönste rosa Ton, den ich bei den Nagelack je gesehen habe. Die haben aber auch tolle Sachen, wirklich. Also alles riecht so richtig gut, aber nicht so intensiv. Also nicht so krass nach irgendwelchen Duftstoffen. Sondern so einfach so einen Hauch von Duft. Finde ich richtig gut. Finde ich richtig angenehm. Asam Beauty ist ja auch eigentlich so eine hochwertigere Marke, würde ich sagen. Die haben ja schon richtig tolle Sachen. Auch bei der Pflege. Diese Body Scrubs und so sind mega. In Türchen Nummer 14 haben wir das Ultimate Lip Gloss. Oha! Das ist eine Farbe für mich. 5 Milliliter. Und schaut mal bitte, wie schön. Das ist auf jeden Fall eine Originalgröße. Und, also das ist mal der Hammer. Das ist eins meiner Highlight-Produkte bis jetzt. Richtig schöne Farbe. Und es macht sicher einen richtig tollen Schimmer. Kann man dann auch so einem Kleid zu Weihnachten oder so richtig gut tragen. Dass es auch alles ein bisschen strahlt. In Türchen Nummer 15 haben wir Porzellate mit Lichtschutzfaktor 30. Ein Make-up mit 10 Milliliter. Also eine Probiergröße. Das ist, ist das Magic Finish? Ja, das ist wohl dieses eine gehypte Make-up, was die da haben. Und da bin ich gespannt aufs Testen. Ich glaube nur, das muss man schauen wegen der Farbe, ob das passt. In Türchen Nummer 16 haben wir wieder einen kleinen Stift. Jetzt geht es mich dann schon an, lauter so kleine Stifte, die kein Mensch benutzt. Ich meine, gut, in der Handtasche ist schon praktisch. Aber in Wahrheit benutzt ihr den? Nee. Lip Designer Invisible. Okay, das ist wohl so ein durchsichtiger Lippenstift, mit dem man sich dann die Konturen schön zeichnen kann. Also das ist schon mal interessant, finde ich. Aber es ist halt wirklich eine kleine Größe. In Türchen Nummer 17 hoffe ich, dass wieder was Größeres mit innen. Da haben wir Essential Nail Oil. Also da haben wir jetzt das Nagelöl. Vorher hatten wir ein Nagelserum mit 5 Milliliter. Ja, muss man mögen. Ich bin ja nicht so der Nagelträger-Typ. Entweder meine Schwester macht mir das oder ich bin im Nagelstudio. Also kann man auf jeden Fall vielleicht weiterschenken in einem anderen Adventskalender dann. Für jemanden, wo man weiß, der mag das richtig gerne. Dann in Türchen Nummer 18. Übrigens, ich bin am 18.08. geboren. Ich mag 18. Die zahl richtig gerne. Es war schon offen gerade. Das ist jetzt das Magic Finish Glow Serum. Gold Glow. 7 Milliliter. Da gibt es wohl verschiedene Ausführungen von diesem Make-up und Serum dazu. Weil es ist ja wirklich eher Bestseller. Türchen Nummer 19 ist wieder richtig schwer und groß. Es ist wieder ein Nagellack. Das ist jetzt das erste Produkt, was doppelt ist. Aber in einer wunderschönen Farbe. Gold Orchid. Und es ist wirklich so ein rosa Ton mit Gold Schimmer. Der ist richtig, richtig schön. Den werde ich mir vielleicht selbst behalten. Also da finde ich es jetzt nicht so schlimm. Es sind zwar ähnliche Töne, aber dann doch irgendwie anders. Und ich glaube, die kosten auch mindestens so 15 Euro bei denen. In Türchen Nummer 20 haben wir noch einen Satur Lipstick. Das ist auch ein Produkt, was sich jetzt wiederholt hat. Wir hatten nämlich in der 6 eine große Größe. Dann hatten wir, glaube ich, in der 12 oder so noch mal einen kleinen. Und hier noch mal einen kleinen. Das ist die Farbe Honey Blush. Okay, das ist eine ganz andere Farbe. Das ist nämlich wirklich so ein kompletter rosa Ton. Von dem her finde ich es jetzt nicht schlimm. Mir gefallen auch die Lipsticks, muss ich sagen. Persönlich, okay, jetzt habe ich da drauf gedäpscht. Sehr, sehr gut, weil die sind halt wirklich teuer. Und man kann die dann austesten. Und so kleine Größen gibt man sich in die Handtasche. Gut, bei diesen Kajalpenseln finde ich, das ist einfach zu dünn. Dass es einfach so untergeht, dann in der Schminktasche. Aber das, das geht wirklich klar. Dann in Türchen Nummer 21 haben wir ein großes Türchen. Da bin ich gespannt. Da haben wir ein Schminktool. Und zwar, also Zubehörtool. Und zwar einen Spiegel von Asam. Das ist so ein Klappspiegel. Mit einer so, wie sagt man, so Schlangenoptik. Und den kann man dann hier so aufklappen. Also finde ich echt sehr, sehr cool. Ist auch ein schönes Muster. Ich muss sagen, so Tools sind ja immer mit dabei. In der Bezgeleine, das gehört ja praktisch dazu. Und wenn es nicht wirklich gerade ein, ähm, so ein komischer Billowspiegel wie bei Flacon in dem ganz billigen von vorletzten Jahr, dann, ähm, muss ich sagen, wenn der schön ist, benutze ich den auch wirklich. In Türchen Nummer 22 haben wir Silk Sensation Compact Foundation. Auch wieder in 240 Creamy Nude. Das heißt, es ist wirklich, ich glaube, 240 müsste schon ein dunklerer Ton sein. Und man sieht es hier auch. Kann man dann so aufmachen mit einem Spiegel. Also das ist nicht ganz hell. Ihr seht, das würde gerade so passen. Und ich bin aber gebräunt. Und viele sind viel heller wie ich. Das weiß ich. Also bei der Foundation ist vielleicht die Farbe für manche zu dunkel. Dann müsst ihr mal schauen, ob das euer Hautton ist, bevor ihr das kauft. Und dann Türchen Nummer 23 ist auch wieder groß. Aber geil, von der Mischung her bis jetzt war es richtig gut. Türchen Nummer 23 Volume and Repair Lip Balm. Cherry, Vintage Cherry. Okay, das ist cool. Das ist auch ein Produkt, was sehr, sehr viele verwenden würden. Vor allem die Farbe finde ich sehr schön. Das ist so ein altrosa. Das ist so ein Alltags-Lippenstift, finde ich. Und dann haben wir das finale Türchen Nummer 24. Es ist richtig klein. Jetzt bin ich gespannt, was da drin ist. Ich habe gerade Angst. Ah, okay. Wir haben einmal das Magic Finish Make-Up in einer 20ml Größe. So sieht es aus. Das heißt, es ist wirklich deren Original-Bestseller-Make-Up in einer kleineren Größe. Ich glaube, 30ml wäre die normale Größe. Aber das ist wirklich das beste Produkt in dem Kalender, logisch. Und der Lippenstift. So, meine Lieben. Also mein Fazit zu dem Adventskalender. Ich finde ihn richtig gut. Ich finde, es ist ein bisschen besser wie Drogerie-Kalender. Weil der kostet 49,95 Euro. So ein Catrice oder so ein Trend-It-Up-Kalender kostet auch gleich 20 bis 30 Euro. Da habt ihr nochmal ein bisschen was Hochwertigeres. Auch vielleicht für eine ältere Zielgruppe schon. Also jetzt nicht unter 20. Auf jeden Fall nicht. Aber da ist viel zum Testen mit drinnen. Make-Up-mäßig. Es sind ein paar Tools mit drinnen. Wir haben Lippenstift. Wir haben Augenprodukte. Von Augenbrauen bis Kajal. Wir haben ein Setting-Puder. Also sogar drei Lippenstifte. Zwei kleine. Ich finde den Kalender wirklich sehr, sehr cool. Vor allem die 24 hat mich überrascht mit der kleineren Originalgröße von dem Make-Up nochmal. Da bin ich sehr gespannt drauf zum Testen. Ich muss sagen, für den Preis ist der wirklich der Hammer. Ihr habt da einen dreifachen Wert mit drinnen. Ich werde euch den genauen Wert dann noch ausrechnen. In der Infobox findet ihr alle Fakten, was da drinnen war, was der kostet. Den Link dazu und so weiter. Ich habe den selbst gekauft. Und jetzt könnt ihr noch diesen Adventskalender hier gewinnen. Den, den ich nicht ausgepackt habe, den habe ich extra für euch noch mitbestellt. Der bleibt auch so und wird dann direkt weiter verschickt. In eineinhalb Wochen werde ich das auslosen. Und dann könnt ihr gerne da auch in der Infobox vorbeischauen und seht ihr die Teilnahmebedingungen. Ihr müsst auf jeden Fall mein Abonnent sein. Ihr müsst einen Kommentar schreiben, das Video liken. Ihr könnt gerne Supporter lassen auch auf Instagram. Denn die aktiven Follower fallen mir natürlich am meisten auf. Und dann freue ich mich, dass ich einer von euch dann eine Freude machen kann. Und wenn ihr den nicht wollt, sondern ihr sagt, ihr wollt den Pflegekalender, dann schaut gerne im nächsten Video dann vorbei. Da habe ich nämlich den Pflege-Adventskalender von Asam auch noch für euch. Den habe ich nämlich auch zweimal. Und da werden wir vielleicht auch noch eine Kleinigkeit für euch verlosen. Also schaut gerne vorbei. Also mein Ranking ist eine 8 von 10 für diesen Adventskalender hier. Weil ich finde, für den Preis bekommst du wirklich sehr, sehr viel zum Testen. Und er ist wirklich gut durchdacht. Auch in der 6 beim Nikolaus ist was Besseres mit drin. In der 24 haben wir nochmal eine tolle Überraschung. Also das ist wirklich ziemlich, ziemlich cool. Ich werde mir den selber auch behalten und das heißt was. Und ja, das wird dann meiner. Ich finde den richtig schön. Vor allem wenn der einfach so dasteht. Das kann schon was, oder? Das ist eine schöne Deko für Weihnachten. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Auch unabhängig von dem Gewinnspiel sehr, sehr gerne. Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare, wie euch der gefallen hat. Und welchen Adventskalender wollt ihr, dass ich noch auspacke? Und welchen habt ihr euch dieses Jahr gekauft? Oder welchen werdet ihr euch kaufen? So, und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Verabschiede mich und sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal.